Ich stehe gerade auf unserem winterlichen Feld, wo ich jetzt beginne, die Vorbereitungen zu treffen, weil da schon in Kürze Buchweizen angebaut werden soll. Und ihr seht vor mir einen Pflug, das ist ein Zwei-Scharen-Pflug, ein altes Modell, wie man so früher in der Landwirtschaft hatte. Mit diesem Pflug bereiten wir den Boden vor. Und die Zwei-Schare, die werden nur ganz, ganz leicht wenige Zentimeter in die Erde gesteckt, also so dass wir sehr, sehr flach pflügen und wirklich nur die oberste Schicht lockern. Und ich zeige euch mal, wie das so aussieht und wie das so funktioniert. Ich zeige euch mal. Ich zeige euch mal. Ihr seht, ihr könnt also hier die Erde schön krümelig. Ich habe wirklich nur die oberste Schicht kurz gelockert. Und in Kürze wird hier dann Buchweizen eingesät und da freuen wir uns schon. Ja, so sieht das Feld aus, sozusagen, wenn es noch nicht bearbeitet wurde.